Dann, wenn wir von mir aus loslegen. Ja, dann Willi go. Okay, Willi. Wer war das? Mike Krüger, ne? Und der Hamster. Vier gegen Willi. Ja, genau. Willi go, der dann durch das Lammel kommt. Ja, scheiße. Es klingelt wieder. Es klingelt. Ich habe gerade festgestellt, dass ich Generation X bin. Ich wusste das nicht. Aber gut, man lernt nie aus. Ja. Damit herzlich willkommen zu Medium. Wir sind auch alle Medium. Medium alt. Ja. Sie ist nicht mehr Generation X? Bist du jetzt mal ruhig? Ist da wohl nicht zu fassen? Voll die Verräterin. Recht. Ja, mein Gott, 85 gehört halt nicht mehr dazu. Ja, genau. Na gut. So, zack, leckst du raus aus dem Channel. Ja, jetzt ist es halt raus, dass ich keine 25 mehr bin. Mein Gott, ja. Lachen kannst du dir das, mein Gott, ey. Ja. Wie kann das nur sein? So, da stehen wir. Ich weiß schon gar nichts, was wir überhaupt wollten. Ich glaube, wir hatten... Untersuche die Tagesstätte. Wir haben ein Rasiermesser bei, eine Taschenlampe, weiße Katzenfigur, schwarze Katzenfigur. Also, wir müssen hier irgendwann noch mit den Katzen... Und noch den Bolzenschneider. Ja, scheinbar. Den Geheimagenten. Den Geheim... Was? Den Geheimagenten. Schneider. Bolzenschneider. Ach, der... Ach, ja, richtig. Was? Oh, mein Gott. Jetzt geht's schon wieder los. Jetzt ist es wieder los. Das war sehr, sehr gut, ey. Mit dem Rasiermesser aufschneiden. Ja. Hä? Nee. Ach, doch. Doch. Wie machen sie so zwei Welten? Wahnsinnig. Ja, ich... Ja, es ist schon... Ich weiß, es ist auch nicht mehr... Das ist so Upside-Down-mäßig und das macht... Bisschen tricky. Und eklig ist es halt. Ja. Ja, eklig ist es. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Hautfetzen. Kennst du dich erinnern? Mit diesem Gesicht, die immer die ganze Zeit... Wässer mich, Wässer mich, Befeuchte mich, geschrien... Was? Oh. Ich weiß nicht, bei welchem Film das war. Dieses Stück Haut, das da auch gespannt war. Die Befeuchte mich, die Befeuchte mich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Und ich habe schon viel gesehen, aber ich habe noch nicht gesehen. Aber... Okay, wir sind wohl richtig hier. Ja. Richard, meld dich. Meld dich mal, wenn du da bist. Shit. Er flüstert. Oh ja. Ja, dann nehmen wir mal einen Einblick, was? Ja, genau. Ja. Und gather rum, Kinder. Ich will dich zu slapen, Lilianne. Sie ist bei uns auf unsere Klasse. Hm? Warum kann ich mit meinen Freundinnen spielen? Ja, Richard. Deine Freunds? Oh, Lilianne. Ich... Ich versuchte deinem Vater, dass du ein bisschen Zeit mit anderen Kindern sp spielst. »Eine Freund«? So, da scheint noch mal eine Sperre zu sein. Ja. Aber ich bin grad noch ein bisschen was da rumknaut und ich mach's mir grad gemütlich. Jaja, kein Problem, man hört's nicht. Okay. Äh, was ist eigentlich jetzt für so'n ruhig Junge? Aua. Das hört man. Das war mein Finger, der die Tischplatte getroffen hat. Aber sonst ist alles gut. Ja, wir liegen hier zur Selbstverletzung, aber sonst ist alles gut. Äh, ich weiß noch, ähm, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Aber ein einfacher Fabrikarbeiter. Noch mehr Junge als Mann. Mit seinen großen Augen hat er ständig über die Schultern geblickt, wie ein verängstigtes Tier. Seine Eltern sind im Warschauer Aufstand ums Leben gekommen. Von dem, was er in den folgenden Jahren durchgemacht hatte, wollte er nicht sprechen. Und ich habe ihn auch nie gedrängt, aber bald war klar, dass er sonst niemanden auf der Welt hatte. Okay. Es war sofort eindeutig, dass er trotz seiner jungen Jahre Dinge gesehen hatte, die niemand in seinem Alter sehen sollte. Ich wusste sofort, dass er etwas besonderes war. Okay. So, so. Da könnte man durch, aber wir sind, wir haben hier noch nicht alles gesehen. Da ist noch was. Ein Notenblatt. Gut. Dann finden wir ja wahrscheinlich noch einen Teil, oder? Ja. Ich konzentriere mich auf die Geisterwelt. Ach, du musst bestimmt dann da her, wo die vier Motten... Ne, Motten sind. Das ist wieder Motten, ja komm. Ja. Fledermotten. Fledermotten, genau. Okay, wie ist es hier? Mockt. Achso, ja. Okay. Achso, können wir da was machen? Ja, mit dem Bolzenschneider ja wohl nicht. Mit dem Notenblatt wohl auch nicht. Wir finden bestimmt irgendwo einen Schlüssel. Oder wir müssen das mit ihr da unten machen. Aber... Kannst du so eine Kugel um dich herum machen? Äh, ne. Wie machst du ja je nachher für die Motten? Ja, im Moment bin ich ja im... Ich steuere ja die obere. Achso, okay. Ähm... Tommels. 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 schwindeln verschwindende kreativität anzuregen aber wie hätte ich das nicht können diese einzigartige perspektive diesen unendlichen quelle inspiration ungenutzt lassen das wäre eine unverzeihliche sünde thomas das war das der nachdem wir gesucht nachdem die ganze zeit suchen ja von anfang an wollte ich gerade sagen gehen wir von anfang an eigentlich suchen der uns angerufen hat ich dachte genau das ja das meine ich nämlich auch hier gerade was sieht so aus als hängen das klebt da was an dem teiler aber das sieht aus wie die gedärme da unten ganze kombinieren bestimmt schon mal bei dem ersten doch da jetzt kombinieren kombiniert kombiniere so sind wir hier unter combo dann können wir jetzt da hinten durch vielleicht wo war das ach so du musst die kugel drumherum machen ja theoretisch ja praktisch müsstest du in die andere welt das geht glaube ich gar nicht doch das geht ok wenn ich in ach so jetzt ist sie wieder jetzt ist sie ja wieder alleine unterwegs aber du hast auch nicht genug energie ne stimmt ne stimmt kann ich mir energie holen ja aber guck mal da in diesem geflatter was da auf der anderen seite war das leuchtete auch als du da nah gekommen bist oder? doch nicht ja 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 lübt lübt kannst du geisterspuren nochmal gucken? vielleicht leiten die dich irgendwo hin wo du energie herkriegst oh aber du musst gerade glaube ich zuerst mal eben nochmal zurück weil du löst dich auf ich glaube auch ui da geht das aber schnell ne ähm ne wieso hänge ich jetzt hier fest? so warte hier vorne war hier nicht was doch ähm der äquator der äquator das ist doch ne nase ja hab ich auch gar nicht gedacht ja hab ich auch gar nicht gedacht ich könnte es nicht mehr als nase erkannt schmeckt nasenlöcher wenn du von unten guckst siehst du mal die nasenlöcher ne das ist ein schnurrbart ne ja da oben ist ein schnurrbart ne oben hat man ja kein schnurrbart ne normalerweise nicht es wär wär auch so ist außer dann heißt wie hießt der eine? Politiker mit der Monobraue weigel das wäre aber dann noch nühe gerutscht ja das hätte aber auch als Schnurrbart durchgehen können seltsame Vorstellungen von anderen ja doch mehr geht mit ihr jetzt gar nicht hast du es gesehen, mach noch mal, ob da oben ist, da steht ein ein Dings ein Dings später ich hab du musst aber eh noch mal kurz schnell zurück aber jetzt weißt du, ach, da steht da sowieso aber sind wir da voll mit nix lang gegangen? ne ähm, was jetzt hinter den Erinnerungspunkt ah, ok die Geschichte wieder doch nicht, dass er besser wäre in einer Das wird selten, das verletzt mich immer. Ja. Für mich jetzt selten, das ist eine Brille und blaue Haare. Was? Achso. Da ist was an dem Globus. Ja. Ui. Passt die Nase an den Globus? Wir schauen nachher mal. Es wurde zu einer Gewohnheit von uns. Wir setzten uns mit dem Skizzenbuch hin und dann schloss er die Augen und begann zu reden. Er beschrieb all die Dinge, die er vor seinem geistigen Auge sah, vom Grauen und der Schönheit der Welten jenseits unserer eigenen. Was als unschuldige Fantasieübung begann, wurde zu einer bodenlosen Quelle der Inspiration. Meine Hand konnte nicht ruhen und ich zeichnete wie besessen, während er das unbeschreiblich beschrieb. Eine Zeit lang fragte ich mich, warum er so drauf versessen war, seine Vision mit mir zu teilen. Sie schienen ihn zu belasten, eine Quelle starken Schmerzes und großer Verzweiflung zu sein. Aber schließlich verstand ich es. Er wollte sie mit jemandem teilen, der sie als eine Quelle der Schönheit verstand und nicht als Wahnsinn. Ja. Da konntest du runterscrollen. Aber da gab es doch nichts mehr, oder? Jetzt kann ich... Oder nicht? Achso, aber nicht. Okay, gut. Ein 2 mm leeres Blatt können wir da noch sehen. Ja, dieser Thomas ist ja wohl... Der kann ja wahrscheinlich dasselbe wie wir, ne? Nehme ich mal an. Denke ich auch. Und deshalb treffen wir ihn bestimmt auch irgendwann in dieser anderen Welt. Und deswegen konnte es helfen, dass sie ihn auch treffen. Ihn auch sehen wahrscheinlich. Ja. Inzentriere dich auf die Geisterwelt. Siehste, da kann tatsächlich die Nase... Und da... Da fehlt tatsächlich eine Schnurrbart, oder? Ja, ne? Wenn du das oberhalb anbringst, ist das Schnurrbart tatsächlich unter der Nase. Und guck mal, das obere Teil an dem Globus, sieht aus wie ein Schnurrbart. So, wir sind jetzt in der Geisterwelt. War ich gar nicht so dumm. Nein, das hat ja auch keiner drauf. Hat ja auch keiner drauf. Ja geil. Ah, da ist die Nase. Ja, cool. Da musst du den jetzt drehen, so dass es passt. Nur was ist jetzt was? Ähm, ne, ich glaub, wir brauchen erst noch, oder? Brauchen wir noch was? Ne, weiß ich gar nicht, ob man... Da ist ja, die Felder L ist navigieren. Ja, ja, das ist hoch und runter. Ja, das ist hoch und runter. Okay, ähm, da immer wieder. Moment. Genau, L wie lange gehen. Ah! Oben ganz, das was jetzt unten ist, das sind doch Augen, oder? Das muss nach ganz oben. Keine Ahnung. Ja. Ähm. Ich hab keine Ahnung, warum sich wann was nach oben und unten bewegt. Das ist mir noch sehr unklar gerade. Ja, also jetzt hast du ja das mittlere. Genau, jetzt hast du das unten. Geh nochmal auf die Augen und genau um eins zu proben. Jetzt die Nase eins nach unten. Ne, nach unten. Ja, ich kann ja nur A drücken, mehr nicht. Das nach unten kann ich da nicht stimmen. Oh, Mann, echt. Oh, Mann, echt. Ähm. Ach, so, nein. So, jetzt geh' nochmal auf die Nase. So, jetzt geh' einfach unten. Also nicht auf die Augen, sondern auf das. Ähm, ja. Das hat sich jetzt gerade erledigt. Okay, wir sind zumindest schon mal in der richtigen Reihenfolge. Ja. Soldats. Ist das in der Mund das der unterste gewesen oder was war das? Ja, das ist ja nicht. Das war mehr Glück als Verstand jetzt, aber ist ja egal. Die Tiere den Globus. Oh. Ah, dann kannst du die. In der geister Welt die Kurzone da. Gewegen. Dann musst du mal daaaa. So? Ne, wo es gerade gehört, sich geöffnet hat. Da müssen wir hin. Also geh' nochmal nach rechts. das wurde er als neuer weg gezeigt da aber stand das nicht vorher so das hatte sich gedreht und das war dann die letzte aber es ist tatsächlich nur ein durchgang hier dauert jetzt ein bisschen bis worum sind ich meine da bist du aber kann er sein dass du recht hast ich weiß es gar nicht möglich ist alles hier draußen waren wir da auch schon mal war das nicht das genau da bist du da aus der wahlkontür gekommen und dann musst du da entlang war das nicht das zimmer ja wenn ich an dem klavier was machen spielen nein ich kann zumachen ach so ja wir brauchen das notenblatt hier aber das vollständige dann wohl dann gehen wir mal kurz in die geisterwelt scheiß ohrwurm jetzt hat es nicht energie sagen müssen natürlich ja ihm fehlt wohl was ja natürlich fehlt ihm was dann machen wir hier mal wieder den schneidemeister hier vorne lag was an den ordnern und ganz hinten lag auch was ok wir schneiden erstmal mit der haut auf das ist schön und befeuchten und befeuchten ich hab's gefunden was es war ich hab's endlich gefunden was es war doch das sind ja die sah so aus die hatte nur im Gesicht und es hat immer noch vor es gehen hat an den ordnern moment ach dass etwas fährt an den ordnern du meinst da drinnen doch guck mal nach oben genau da wenn ich mal nach links und jetzt gerade aus das stehen ordner schlüsse 7 zum lehrer zimmer okay rotieren ja wissen wir nicht rotieren glaube ich so was haben wir denn hier noch da können wir nichts mitmachen den akten auch nicht okay so wo war noch was ich glaube nirgends nee ich glaube das war der globus den nicht gesehen hat dann müssten wir jetzt irgendwie ein lehrerzimmer hin kannst du da mal gucken dass der globus ist die meiner dreh dich mal ein ganz kleines stückchen nach links und dann gehen wir auf den tisch zu ach da ne war doch kein globus erinnerung da musst du gerade diese Dinge machen du bleib doch zusammen hier oi 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 sooo hier können wir nirgends das heißt wir müssen jetzt hier durch und dann müssen wir wohl auch dahin oder ich hatte nicht zu ende gesprochen ich wollte sagen da hinten durch und dann war ich mir aber nicht mehr sicher habe ich abgebrochen und dann kam da ein dahin moment mal ging das hier nicht waren hier dann nicht zimmer wo wir vielleicht mit dem schlüssel rein könnten war das da und ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr oder was in einem anderen gang aber da wir noch hier entlang gehen können normalerweise ja gut bis hier ok dann wird das hier nicht sein ja so ich ne ich auch nicht ich weiß auch gar nicht ob wir da noch hin können ja ja müssen wir ja schon dann gehen können so was war denn hier wieso kommen wir denn hier nicht durch achso ja das war ja das mit dem klavier wahrscheinlich müssen wir erst das klavier zu lösen achso ja ja sonst fehlt also noch das letzte das letzte stück ne ja da ist der globus achja jetzt komm ich hier aber nicht weiter ne aber mit ihr kommst du weiter mit der oberen dann musst du ja drehen damit der gang sich verschiebt ne wir sind von der falschen seite hier wir sind doch da links links haben wir offen die da unten kommt ja ja aber wir müssen doch erst von der anderen seite da ran ja du wechsel doch mal auf das obere oder ach kommst du da oben auch nicht her ach wir sind oben wir sind oben ach ja ich äh ja 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 moment da kommen wir rein ne da sind wir im klavierzimmer ich werde bekloppt das irritiert total ich weiß auch nicht wo ich zuerst gucken soll ja agerzimmer mit die mit 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 Bis zum nächsten Mal.